Gute und herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe Frag Calcio diese Woche mal wieder am Mittwoch. Mein Name ist Nico Heimer, viele von euch haben Niklas Lewinson erwartet, aber ihr kennt ja unsere Regeln. Wir wollen, dass ihr ein bisschen scharf bleibt. Wir wollen, dass ihr immer auf den Zehenspitzen unterwegs sein müsst, weil ihr nie wisst, wer Frag Calcio macht und euren Tag damit auf den Kopf stellen könnte. Heute also ich, ich freue mich sehr, die nächsten, mal gucken, maximal 45 Minuten mit euch zu bestreiten. Wenn ihr hier Fragen stellen wollt, tut ihr das am besten im Calcio Berlin Community Tab auf YouTube. Das findet ihr auf Calcio Berlin unter dem Reiter Community Tab. So, genug rumgelabert, oder? Haben wir irgendwas zu besprechen? Geht's allen gut? Jetzt habt ihr kurz Zeit, eure Wehwehchen zu klagen? Ja, das tut mir leid. Oder finde ich super. Freut mich für dich, dass ihr das gelungen ist, dass das so geklappt hat. Super Sache und gute Besserung an die anderen. So, wir gehen rein. Die Frage kommt von Munchkin. Und die ist relativ einfach und auch dem entsprechend schnell zu beantworten. Fünf Spieler aus der zweiten Liga, die in jedem Fall in Liga 1 sehen wollt. Ja, und tatsächlich gibt's einige. Wir haben ja schon mehrfach festgestellt, dass wir eine sehr, sehr gute zweite Liga haben, dass es dort einige Mannschaften und auch Spieler gibt, die auch Erstligapotenzial hätten. Aber ich habe mich auf fünf Namen eingestellt. Einer von ihnen hat schon mal, glaube ich, Bundesliga-Minuten gesehen, aber ist trotzdem ein Spieler, der hier genannt werden kann. Also, gehen wir rein. Der Erste ist Can Usun von Nürnberg. Can Usun, das dürfte niemanden überraschen, hat definitiv genug getan, um Bundesliga zu spielen. Und es sieht ja stark dann auch aus, dass er das in der kommenden Saison auch machen wird. Einer der absoluten Shootingstars dieser Saison. Er steht, glaube ich, bei 16 Score-Rollern in 25 Spielen und ist damit einfach jemand, der in die Bundesliga gehört. Und dasselbe gilt für einen Spieler, der lange verletzt war, aber ein unglaublich guter Kicker ist. Asan Uedraogo von Schalke 04. Da wäre die Idealvorstellung natürlich, dass das erst im Jahr darauf mit Schalke passiert. Allerdings, ja, kann man da wohl auch fast mit einem Abgang im Sommer rechnen. Der nächste ist ein Spieler, von dem ich schon ein paar Mal mich als Fan geäußert habe, der auch in meiner Zweitliga-Elf der besten Spieler war, die wir hier vor Monaten mal gemacht haben, als Stream-Highlight. Linksverteidiger, BVB-Ausbildung, aktuell bei Kiel, Tom Rote. Da haben wir Marcel Hartl dabei. Ich glaube, Marcel Hartl, muss ich euch nix dazu sagen, einer der besten Spieler in dieser Zweitliga-Saison. Und der letzte Name ist Christoph Zolis von Fortuna Düsseldorf. Zolis steht bei 18 Toren, sieben Vorlagen laut TM. Da sind auch rausgeholt der Elfmeter mit dabei. In 26 Einsätzen mit 22 Jahren. Das ist bärenstark. Bei Zolis habe ich jetzt hier in der Recherche herausgefunden, dass er einen sehr spannenden Jugendablauf hatte. Der hat bis 2016 bei PAOK gespielt, dann in Offenbach, dann bei Alemannia Königstetten und dann zurück zu PAOK. Also nicht unspannend und mit Sicherheit ein Spieler, den wir in der Bundesliga sehen werden, wenn es ihn denn nicht ins Ausland zieht. Die Qualität ist auf jeden Fall da. Jetzt nochmal im Kurzdurchlauf. Chan Usun, Assan Uwe Traogo, Tom Rote, Marcel Hartl und Christoph Zolis. Die nächste Frage kommt von Purple Kush Hunter. Viel Erfolg bei der Jagd. Gehört Terzic noch die Zukunft beim BVB und was muss der BVB machen, um endlich mal wieder deutscher Meister werden zu können? Ja, das ist natürlich die große Sehnsucht der BVB-Fans. Vieler, vieler Fußball-Fans. Irgendwann deutscher Meister zu werden. Ob Edin Terzic die Zukunft beim BVB gehört, das sollen jetzt dann irgendwann andere Leute bewerten. Ich glaube, ich habe genug. Wir haben, glaube ich, generell als Calcio Berlin, ich auch als Nico Heimer, glaube wir haben uns häufig genug geäußert. Ich glaube, ich habe genug gesagt. Ich glaube, meine Meinung ist bekannt. Ich sehe bei Edin Terzic nicht, wie da eine Entwicklung stattfinden soll zu einem Trainer, der den BVB zum Meister machen kann. Und das kann ich euch einfach erklären. Wir sehen ja gerade die Blaupause, die absolute Blaupause, wie man Meister wird statt Bayern in der Bundesliga. Und wenig überraschend gleicht diese Blaupause sehr, sehr, sehr der, die der BVB einmal hatte unter Jürgen Klopp. Und wenn man es mit einem einzigen Wort zusammenfassen sollte, dann ist es Mut. Mut in verschiedenen Bereichen. Mut bei der Trainerwahl. Dann muss dieser Trainer auch Mut haben, sich Dinge zu trauen und etwas auszuprobieren, was man vielleicht so noch nicht gesehen hat. Und auch Mut bei Transfers. Und darüber will ich kurz mit euch sprechen. Also, Schabbi Alonso, ich glaube, ich muss euch nicht erklären, warum es mutig ist, etwas zu versuchen, taktisch, was wir in der Bundesliga so in der Form noch nicht oder nicht in der Intensität gesehen haben. Dasselbe galt für Jürgen Klopp und seinen Heavy-Metal-Fußball Anfang der 2010er-Jahre. Und deshalb Mut auf der Trainerbank abgehakt. Für mich glaube ich nicht, dass Edin Terzic von einem der schissigsten Trainer der Bundesliga zu einem mutigen Trainer werden wird, der mit Ideen nur so strotzt. Das glaube ich persönlich nicht, können aber andere bewerten. Mut auf dem Transfermarkt. Und auch da muss sich wieder etwas ändern. Und da glaube ich, dass eine Rückkehr von Sven Mislintat, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, eine sehr, sehr gute Entscheidung wäre und dem BVB langfristig wahrscheinlich helfen könnte. Denn, guckt man mal auf Transfers in den letzten Jahren, glaube ich, wird deutlich, warum ich sage, dass Mut nicht so der ausschlaggebende Faktor bei diesen Transfers war. Ich habe jetzt ein paar rausgesucht und da habe ich natürlich jetzt bewusst die schlechteren Transfers genommen. Metscher 35 Millionen, Adeyemi 30 Millionen, Alea 31 Millionen, Malen 30 Millionen, Emre Can 25 Millionen. Das sind durch die Bank keine schlechten Spieler. Gar keine Frage. Aber sie eint eben alle doch etwas. Entweder hat man sie zu teuer von Bundesliga-Rivalen geholt. Das ist schon mal der erste Punkt, wo ich sage, es mangelt dem BVB in den letzten Jahren für mich ein bisschen am Mut. Nicht, weil man viel in der Bundesliga einkauft. Das ist ganz normal. Und das ist auch die Nahrungskette Bundesliga. Da ist der BVB weiter oben. Da muss man eben hin und wieder in der Liga kaufen. Aber die Transfers, die man in der Liga getätigt hat, war mir persönlich, wenn ich jetzt an den Felix Metscher denke, wenn ich vielleicht an den Julian Chabot denke, der wahrscheinlich nur als Backup kommt, aber das fällt nicht so richtig in den Bereich mutig. Adeyemi, war es mutig? Weiß ich nicht. Galt als eines der größten deutschen Talente. Was es vor allem war, war teuer. Und was sich durchzieht bei den allen, bei allen diesen Transfers und was sich durchzieht bei vielen, vielen weiteren Transfers beim BVB in den vergangenen fünf, sechs, sieben Jahren in die Tüte gesprochen, ist, das sind gute Spieler, die kommen als gute Spieler, die werden nicht besser beim BVB und sie werden nicht wertvoller beim BVB. Natürlich gab es in den letzten Jahren, müssen wir gar nicht drüber reden, Ousmane Dembélé, Jude Bellingham, Jadon Sancho, Erling Haaland. Die gab es alle. Ist vollkommen richtig. Natürlich. Davon braucht der BVB aber wieder mehr. Denn wenn du dauerhaft oder auch nur für eine Saison und für mich jetzt der große Gegner immer noch der FC Bayern, wenn du die schlagen willst, dann musst du Spieler kaufen, die zu dir kommen und sofort sportlich besser sind, als es die Leute ihnen vorher zugetraut haben und darüber dann einen Mehrwert generieren, der dir dann finanziell irgendwann Geld einbringt. Und der Grund dafür ist, dass der FC Bayern, der große Konkurrent, das nicht machen muss. Die können, machen sie auch nicht nur, aber die können fertige Stars kaufen. Und das machen sie halt auch. Harry Cain wird da geholt, Hernandes wird da geholt, Min J Kim wird da geholt. Es werden teure, fertige Spieler geholt. Und die musst du ja schlagen. Und du kannst nicht denken, na gut, ich hole Emre Can, ich hole dies und das, ich hole auch fertige Spieler, weil im Zweifel wird der FC Bayern da die Besseren bekommen, weil sie sich einfach leisten kann. Das heißt, du musst die Bayern schlagen, indem du Transfer tätigst, die besser sind als die des FC Bayern. Und das musst du machen über ein Transferfenster, über zwei Transferfenster, über vier Transferfenster. Über zwei Jahre muss das gut funktionieren, damit du ein solides Fundament aufbauen kannst. Beim BVB unter Jürgen Klopp. Und damals natürlich aus der Not an der Tugend gemacht. Man hatte einfach kein Geld. Der BVB hat heute mehr Geld, auch nicht unglaublich viel, aber mehr. Und die Transfers sind in meinen Augen schlechter geworden. Hummels, Bender, Großkreuz, Barrios, Lewy, Piszczek, Gündogan, Perisic. Alles elementare Spiele mit dem BVB. Keiner von denen hat mehr als fünf Millionen Euro gekostet. Klar, zehn Jahre her, Inflation, bla 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 bla. Klar, der BVB hat lange keinen Transfer dieser Qualität getätigt. Und der BVB hat zu der Zeit unter Jürgen Klopp, unter Susi Zorc, diese Transfers in einer Regelmäßigkeit getätigt. Zweimal pro Jahr, zweimal pro Transferfenster, viermal pro Jahr, so ungefähr. Und daraus ist eine Mannschaft entstanden, die dann eben größer werden konnte, die wachsen konnte, die sich unter Jürgen Klopp entwickelt hat, die sich unter einem mutigen Trainer weiterentwickelt hat, zu einer Mannschaft, die den FC Bayern schlagen kann. Und das ist für mich die, ehrlich gesagt, einzige Art und Weise, wie du es machen kannst. Und deshalb glaube ich, dass Edin Terzic nicht der richtige Trainer ist. Und ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht sicher, ob Sebastian Kehl der richtige Sportvorstand ist. Denn, wenn ich BVB-Fan wäre, wäre aktuell meine große Sorge nicht, wie werden wir wieder Deutscher Meister? Sondern wie gehen wir auf Nummer sicher, dass wir die nächsten Jahre Champions League spielen? Denn Stand jetzt kann sich alles auch schnell wieder verändern. Es sind die Bayern weit vor ihnen, es ist Leverkusen weit vor ihnen, es ist Stuttgart weit vor ihnen. Muss mal gucken, wie Stuttgart das halten kann, aber Stand jetzt ist es so. Leipzig ist nicht weit vor ihnen, aber ist vor ihnen. Und das bedeutet eben, dass der BVB plötzlich nicht nur im Platz 2 kämpft oder Platz 3, wo die Champions League sicher war, sondern eventuell im Platz 5, wo es jedes Jahr auf die Performance-Spots ankommt, ob man da reinkommt. Und das ist eine Entwicklung, die beim BVB ganz gefährlich ist und da muss man sehr genau drauf achten. Und wie gesagt, meine größere Sorge wäre gerade Champions League-Positionen festigen, anstatt wie können wir wieder Meister werden. Trotzdem, dass die BVB-Fans hier träumen und darüber reden wollen, ist ja komplett verständlich. Und das Lustige ist, ich glaube, wenn man, um diesen Champions League-Platz zu sichern, um da eben zu sagen, wir sind dauerhaft da vorne drin, ist das Erfolgsrezept fast genau dasselbe. Der BVB muss ganz, ganz dringend wieder anfangen, Transfers zu tätigen, die sich langfristig lohnen, Spieler, die sich sportlich sofort entwickeln und dafür muss wieder besser gescoutet werden, cleverer gescoutet werden und man muss eben Mut auf und neben dem Feld beweisen. Und solange das nicht passiert, wird beim BVB die Entwicklung vermutlich nicht in Richtung Bayern und Leverkusen gehen, sondern eher dahin, dass man schauen muss, dass eine nicht andere Vereine auch überholen. Und wir hatten das im September, Oktober das erste Mal angesprochen. Da war der BVB noch natürlich näher vorne dran, einfach vom Datums bedingt. Da waren die Leute nicht glücklich damit, dass wir gesagt haben, dass Dortmund aufpassen muss, seine Vormachtstellung in dem Bereich nicht zu verlieren. Und inzwischen halte ich es für noch akuter und noch gefährlicher. Und ja, ich bin mir aber auch sicher, dass man das beim BVB erkannt hat. Wollen wir mal schauen. Leckenep1909. Mit der Frage, nenne deine Top 5 Chorios aus der Bundesliga und international und welcher Verein macht deiner Meinung nach die besten Chorios? Viele Grüße aus Kamen. Viele Grüße nach Kamen. Meiner Meinung nach macht Eintracht Frankfurt die besten Chorios. Case closed. Fünf Chorios, die mir sofort eingefallen sind, die mir im Gedächtnis geblieben sind. Jetzt ist es komplett möglich, dass diese Frage schon mal beantwortet habe und da fünf andere genannt habe. Deshalb sind das nicht die fünf besten aller Zeiten. Es sind fünf gute Chorios, die so gut sind, dass sie mir sofort eingefallen sind und die ich hier nennen wollte. Okay. Auf Platz 5. Die Legende von Elbflorenz. Dynamos. Ganz Stadion. Chorio. Und ich glaube, das sogar noch in der dritten Liga. Letzte Saison war das, glaube ich, erst. Absolut beeindruckend. Und sah absolut geil aus. Und ja, also gehört hier rein. Auch das Lied hier. Es war ein Auswärtsspiel in Amsterdam. Wie geht das? Der ganze Blog sang nur ein Lied für dich. Oh Elbflorenz, ihr kämpft für uns, wir für dich. Irgendwie so. Gutes Lied auch. Vier. Kopenhagen-Bröndby. Stadtderby 2014 müsste das gewesen sein. Zumindest hat es gerade die Google-Recherche ergeben. Damals haben die Kopenhagen-Fans eine Chorio gemacht, wo sie Kanonen auf das Stadion von Bröndby geschossen haben. Die Kanonenkugeln aus dem Oberrang über die Chorio gezogen haben. Und das Bild des Stadions war so eine zweiseitige Chorio. Und da ist quasi an eine Seite runtergefallen. Und dann war dahinter das brennende Stadion vom Rival. Ist vielleicht martialisch. Finden manche Leute vielleicht geschmacklos. Ich fand es eine sehr, sehr coole Chorio. Platz 3. Eintracht gegen Schalke. 2015. Die 3D-Chorio. Könnt ihr euch vielleicht erinnern, da hatte die Eintracht, ist ja auch schon zehn Jahre her, vielleicht könnt ihr euch auch nicht erinnern, oder neun Jahre her, da hatte die Eintracht aufgeblasene Buchstaben hingestellt. Auf denen stand Frankfurt. Und oben einen schwarz-weißen Banner über den ganzen Block. Da stand Frankfurt. Und dann haben sich die Buchstaben unten mit Rauch gefüllt. Und auch die Buchstaben im Banner haben sich dann rot gefärbt. Wo ich bis heute nicht weiß, ob das auch Rauch war oder wie das gemacht worden ist. Zu dem Zeitpunkt hatte ich so eine Chorio noch niemals gesehen. Und bleibt für immer in meinen Augen einer der besten Bundesliga-Chorios aller Zeiten. Man kann durchaus darüber reden, dass Schalke ein paar Jahre danach, haben die ja dieses Trikot gemacht, auch mit Rauch gefüllt. Auch eine 10 von 10 Chorio. Ich habe natürlich jetzt einfach die Frankfurter genommen, weil erfunden, Eintracht Frankfurt hat es erfunden. Ihr wisst Bescheid. Nein, weil es einfach früher war und weil es mein Verein ist. Jeder, der hier sagt, die Schalke-Chorio mit einem Trikot war aber cooler, ist okay. Kann ich mit leben. Könnt ihr von mir aus einen Slash dahinter machen. Schalke-3D-Trikot-Chorio. Auf der 2, der Rivale von Schalke 04, Borussia Dortmund. Die Dortmunder in den letzten Jahren mit vielen, vielen guten Chorios. Es gab mal die eine, wo es dann einen Sexismus-Skandal gab, so ungefähr, weil da stand von Vater zu Sohn. Oder mein Vater nahm mich mit und heute nehme ich meinen Sohn mit. So in dem Sinne. Und dann war da ein cooles Bild von Vater und Sohn gemeinsam im Stadion. Sehr, sehr gute Chorio. Das ist sie aber nicht. Denn die beste Dortmund-Chorio in den letzten 10, 20 Jahren bleibt für immer auf der Suche nach dem verlorenen Henkelpott. Die war einfach iconic. Iconic, iconic. Die ist europaweit, weltweit. Leute, die sich mit Fans und Chorios und solchen Sachen auseinandersetzen, wissen sofort, welche du meinst, wenn du diese Fernglas-Chorio ansprichst. Bombastische Chorio, 10 von 10. Aber auf der 1 sind die Fans von Legia Warschau mit This Time You Win UEFA oder This Time You Won UEFA. Ist jetzt vor ein paar Monaten passiert. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Unglaublich geil. Die haben ein Blockverbot bekommen, durften im Heimstadion, nicht in ihrem Block. Hatten einen riesigen Banner über dem Block aufgehängt, wo stand This Time You Won UEFA. Dieses Mal habt ihr gewonnen UEFA und zum Anpfiff entrollte sich plötzlich ein riesiges, riesiges Banner über die gesamte Gegentribüne. Unten stand Surprise Motherfuckers. Oben war das Logo der Ultras und dann hatten sich einfach die Ultras gesammelt auf die Gegentribüne gestellt und haben da richtig Alarm gemacht. Und das war einfach so unglaublich nice, dass ich da sagen muss. Das ist die Nummer 1-Chorio. Legia Warschau, This Time You Won UEFA. Die nächste Frage kommt von Mager13.018. Nicht Make America Great, sondern Mager im Sinne von Dünn. Moin Nico, da du ja eine Schwäche für große Spieler, vor allem Stürmer hast. Ne, große Spieler kann man schon... Große Stürmer ist immer eine besondere Schwäche. Aber insgesamt will ich festhalten, ich bin Deutschlands erster Fußball-Heitest gewesen. Ich sage das seit dem... Leute, die lange genug zuschauen, wissen das. Ich habe da mit Dennis Aogo 2019, 2018 drüber diskutiert, dass ich gesagt habe, meiner Meinung nach sind große Spieler, die so spielen wie kleine Spieler die Zukunft des Fußballs. Aber das ist ein anderes Thema. Hier eine Frage, die dazu passt. Wie sieht deine All-Time-11 nur mit Spielern unter 1,75 aus, Torwart kleiner als 1,80? Liebe Grüße aus dem Eichsfeld, da war ich schon. Liebe Grüße nach Thüringen. Ja, ich kenne mich doch aus. Freunde, ich bin doch deutschlandweit. Gut rumgekommen, aber wirklich nur deutschlandweit. Okay, im Tor Joche Kampos. 1,70 Meter. Was willst du mit einer 1,80 Meter Torhüter? Brauche ich nicht. Ich bin nicht Jörg Stiel. 1,70 Meter, Joche Kampos. Und nicht nur 1,70 Meter, nicht nur einer der besten Keeper seiner Generation, nicht nur einer der besten Keeper Südamerikas, Mexikos, nicht nur ein Keeper, der seine Trikots selbst designt hat, sondern auch ein Keeper, der in seiner Karriere auch Stürmer gespielt hat und zweistellig getroffen hat. Joche Kampos. Jeder, der sich das angucken will, kann auch Georges sein, ich weiß nicht, wie man spricht. J-O-R-G-E-C-A-M-P-O-S. Kampos hat in Mexiko einige geile deutsche Tore gemacht. Deutscher, deutsche Tore, geile deutsche Tore. Ich würde sagen, deutscher Reisgies, wer sich in der Boller League auskennt. Linksverteidiger, 1,74 Meter. Einer der besten, seines Fachs. Technisch einer der zehn besten Spieler aller Zeiten. Marcelo. Innenverteidiger, ne, Rechtsverteidiger erst. Wer könnte es anders sein? Wer könnte es sein, wenn nicht Philipp Lahm, 1,70 glatt, easy money. Innenverteidiger, Javier Mascherano, 1,74. Boom. Zweiter Innenverteidiger, manche sagen, der ist 1,76, andere Quellen sagen 1,75. Und damit qualifiziert unser erster von vielen, von einigen Ballon d'Or-Gewinnern, Cannavaro. Äh, wir gehen weiter ins Mittelverhält. Wir starten wieder links. Wir nehmen Europas Fußball des Jahres 2013. Oder zwölf? 13, glaube ich. Franck Ribéry, 1,70. Boom. Rechte Seite. Der Mann, der am sechsten Geburtstag seiner Tochter Online-Poker spielt. 1,75. Neymar. Zentrum. Verratti, 1,68. Zweiter Mann, N'Golo Conté, auch 1,68. Die 1,68 Monsterbrigade im Zentrum. Ja? Sprechen nur Französisch. Verratti lang genug in Paris gespielt. Ähm. Und ganz im Ernst. Klar, hoher Ball ist ein Problem. Machen wir nett, spielen wir nicht mit. Aber, äh, versuch mal an den Jungs am Boden vorbeizukommen. Und damit bleiben uns in unserem 4-4-2 noch die Stürmerpositionen offen. Und da haben wir zwei Spieler genommen, die beide keine klassischen Stürmer sind. Aber zwei der fünf besten Fußballer aller Zeiten. Diego Armando Maradona, 1,65. Lionel Messi, 1,70. Boom. Hier seht ihr nochmal, Joachim Kamp aus dem Tor. Marcelo Linksverteidiger, Lahm Rechtsverteidiger, Mascherano, Cannavaro. Linkes Mittelfeld Ribery, rechtes Mittelfeld Neymar, ZM Verratti, ZM Conté, Stürmer Messi, Stürmer Maradona. Ganz im Ernst. Die Jungs, alle in ihrer Prime, würde ich wirklich super gerne sehen. Weil, bis der Gegner kapiert hat, dass du einfach nur den Ball lupfen musst, hast du große Probleme. Riesenprobleme, machst du nichts. Wenn du hohe Bälle spielst, dann wird es schwierig für die. Janis Teller fragt, Moin Nico, wie hoch schätzt du die Wahrscheinlichkeit ein, dass Leverkusen den Bayern langfristig die Vormachtstellung in Deutschland schreitig machen kann und der Erfolg über Xabi Alonsos Amtszeit hinaus anhält? Grüße aus der Schweiz. Also was bedeutet langfristig? Naja, du sagst jetzt über Xabi Alonsos Amtszeit, weil, nur damit du es richtig verstehen, langfristig, wenn ich zu euch sage, langfristig wollen wir das und das machen, dann heißt es ja zwei Jahre, ein Jahr. Wenn wir sagen, langfristig bedeutet zwei Jahre und eins davon ist schon rum, dann traue ich es ihnen zu. Wenn wir sagen, langfristig sind zehn Jahre, dann glaube ich es nicht. Dann glaube ich es wirklich nicht. Und das Lustige ist, einige der Antworten werden sich jetzt mit dem doppeln, was ich gerade eben darüber gesagt habe, was ja BVB tun müsste, um wieder Meister zu werden. Denn das sind nun mal die einfachen Regeln zum erfolgreichen Arbeiten im Fußball. Und die sind eben nicht so einfach, denn du brauchst Leute, die sie umsetzen können und davon gibt es nicht so richtig viele. Also Punkt eins, Trainer. Xabi Alonso wird natürlich nie im Leben zehn Jahre bei Leverkusen bleiben. Glauben wir auch nicht. Aber wenn wir diesen Erfolg langfristig aufrechterhalten wollen, müssten wir ihn ja ansatzweise gleichwertig ersetzen können. Und da wäre meine Frage, wäre mein Punkt, keine Mannschaft, die jemals einen Trainer groß gemacht hat, mit dem großen Erfolg hatte. Und bei Xabi Alonso, um das zu richtig verstehen, Xabi Alonso ist jetzt eine der heißesten Aktien auf dem Trainermarkt. Und wenn die nächste Saison Fünfter werden, dann ist er danach immer noch ultra, ultra heiß und einer der vielversprechendsten jungen Trainer, die es so gibt. Und ich glaube, man muss sich dabei bewusst machen, dass Xabi Alonso für uns alle jetzt noch ein junger Trainer ist, der gerade seine erste erfolgreiche Saison in der Top-5-Liga gespielt hat. Bla, 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 bla. Und deshalb weigern wir uns alle zu sagen, Xabi Alonso ist ein Weltklasse-Top-Trainer. Ich glaube aber, er ist es. Ich glaube, Xabi Alonso ist jetzt wahrscheinlich noch einer der fünf besten Trainer der Welt. Und das musst du dann ersetzen. Mit einer Mannschaft, die eben historisch überhaupt nicht für Erfolg steht und für Titel gewinnt. Das bedeutet, große Trainer, die schon auf diesem Level angekommen sind, die auf einem ähnlichen Level arbeiten, werden im Zweifel erstmal nicht auf Leverkusen als potenziellen neuen Arbeitgeber schauen. Und das bedeutet, du musst den nächsten Xabi Alonso finden. Mindestens einmal, wenn nicht zweimal, um das langfristig aufrechtzuerhalten. Und so gut Leverkusen arbeitet, das schafft keiner. Das schafft niemand. Es hat niemand geschafft. Dortmund dachte, sie haben es mit Tuchel geschafft. Und das war es nicht. Und Tuchel ist ein Top-Trainer trotzdem. Ein Champions-League-Winning-Trainer. Die Wahrscheinlichkeit, dass du es zweimal in Folge schaffst, heranwachsende Trainer-Superstars zu holen, die halte ich persönlich für fast unmöglich. Und wir sind uns ja, glaube ich, schon alle einig, dass Xabi Alonso der Vater des Erfolges ist. Und die Mannschaft wird jetzt vielleicht im Kern zusammenbleiben. Das, weil Xabi Alonso bleibt. Ich glaube nicht, dass Xabi Alonso länger bleibt als ein Jahr. Dann wird er gehen. Und es werden Spieler diesen Verein verlassen. Es werden auch diesen Sommer ein, zwei gehen. Vielleicht nicht die ganz großen Leistungsträger, aber es werden welche gehen. Es werden im Winter Gerüchte aufkommen. Wenn es nicht läuft bei Leverkusen in der kommenden Saison, dann werden unendlich viele Gerüchte schon im Winter kommen. Und du wirst als Bayern 04 Leverkusen Qualitätsverlust haben über die nächsten Jahre. 100 Prozent. Zumindest auf der Abgangsseite. Denn du bist immer noch, egal wie erfolgreich du bist, ein kleiner Fisch im großen Teil des europäischen Fußballs. Das wissen wir alle. Das ist ja null Disrespect. Das ist einfach so. Es gibt Vereine, die größer sind. Und wenn Real Madrid bei einem Leverkusen-Spieler anfragt, dann werden die allermeisten sagen, finde ich spannend. Und dasselbe gilt für große Premier League Vereine, für große Serialvereine. Das heißt, du wirst Spieler verlieren. Und auch da gilt dann wieder, um langfristig Erfolg zu haben, musst du die unglaublich gute Arbeit, die du jetzt geleistet hast, bis hierhin, aufrechterhalten, wiederholen, bestätigen und im Zweifel musst du sie nochmal verbessern. Du brauchst nahezu perfekte Transfers über die kommenden Jahre. Und das ist so, so schwer. Leverkusen hat ja sogar in der guten Phase jetzt häufiger mal daneben gegriffen. Mit teuren Transfers mal hier und da daneben gelangt und man konnte es dann eben abfangen. Und das darfst du dir immer weniger erlauben. Denn, auch hier gilt dasselbe, was ich eben schon beim BVB gesagt hatte, die Bayern, die ein großer Konkurrent sein werden, die kriegen die Topklasse-Coaches. Die holen sich die einfach. Und die holen sich auch die Topklasse-Spieler. Die müssen die nicht entwickeln. Nochmal, sie machen das auch, aber sie müssen das nicht machen. Das ist einer der großen Fische in diesem Teich. Und du wirst, und das sind wir beim dritten Punkt, dem FC Bayern, auch die Probleme bekommen, dass die Bayern dir Stress machen. Und egal, was gesagt worden ist, mit Florian Wirz bleibt auf jeden Fall noch eine Saison. Xabi Alonso bleibt, Florian Wirz bleibt auch. Florian Wirz, Vater, der sagt, wir bleiben hier bis Sommer 25 mindestens. Diesen Sommer werden die Gerüchte, Florian Wirz, FC Bayern heiß werden. Die werden heiß werden, weil es die Pflichtaufgabe des FC Bayern ist, dass die heiß werden. Florian Wirz muss das Nummer 1 Ziel des FC Bayern sein. Das muss ganz klar so sein. Das ist einer der besten deutschen Spieler. Die gehören schon immer zum FC Bayern. Es gibt genug Fotos von Florian Wirz im Bayern-Trikot. Er ist gerade unlängst eins viral gegangen auf dem Laufband im Bayern-Trikot. Und die Bayern werden sich so in den Arsch beißen. Würden sich so in den Arsch beißen. Denn wenn Florian Wirz Leverkusen verlassen hat und es nicht zum FC Bayern ist, danach ist die Tür vielleicht nicht zu, aber sie ist verdammt teuer, durch die man gehen müsste, um Florian Wirz da noch zu den Bayern zu holen. Zum Beispiel bei Kevin de Bruyne haben die Bayern gepennt. Den hätten sie holen können, als er Wolfsburg verlassen hat. Haben sie nicht gemacht. Hat sie sehr, sehr geärgert. Bei Mario Götze haben sie es gemacht. Ist nicht aufgegangen. Aber da haben sie tief in die Tasche gegriffen und haben gesagt, wir wollen euer Supertalent. Und ich glaube, Florian Wirz, FC Bayern München wird wieder heiß werden. Und selbst wenn nicht, selbst wenn Florian Wirz woanders hingeht, wir wissen alle, was passiert, wenn der FC Bayern eine Saison verliert, nicht Meister wird. Die werden richtig nachrüsten. Und wenn du sie nochmal schlägst, dann werden die nochmal richtig nachrüsten. Und vielleicht ist es auch diesen Sommer auf die nächste Saison, vielleicht zündet es noch nicht. Aber wie gesagt, dann legen die nochmal nach. Und irgendwann wird das dann dafür sorgen, dass die Bayern wieder sehr, sehr schwer zu schlagen sind. Und ich glaube, dass Leverkusen, das ist nicht ausgeschlossen, aber Leverkusen müsste in allen Bereichen nahezu perfekt arbeiten, um die Bayern langfristig zu gefährden. Und ich glaube, dass wir am ersten Spieltag 25, 26, keinen Xabi Alonso mehr an der Seitenlinie sehen. Und ich glaube, dass dann vielleicht der Run bei 0 für Leverkusen spätestens auch schon vorbei sein könnte. Motoritz, Motoritz, doch. Nach dem Ausfall von Ederson kam Stefan Ortega zuletzt auf fünf Spiele in der Liga und in der Champions League für Man City und konnte dabei sehr gute Leistungen zeigen. Gute bis sehr gute. Hat er trotz der Reservistenrolle nichts gegessen heute, eine Chance auf einen EM-Kaderplatz. Und jetzt kommt kurze Fahrstuhlmusik. Ich muss einen Schluck trinken. So. Bing. Fahrstuhl, Bing. Da sind wir wieder. Da freuen sich die Editor immer, wenn ich so irgendwelche Geräuschwünsche mache, die jetzt das ganze Internet durchforsten müssen danach. Also Ortega. Hat Ortega die Qualität, Nummer drei beim Turnier zu sein? Würde ich sagen, ja. Ich finde auch, die Diskussion, ist er vielleicht der bessere Keeper als Ederson für Man City? Man darf diese Diskussion führen. Nicht genug jetzt von beiden mir angeschaut, um das endgültig zu beantworten, aber man darf die Diskussion auf jeden Fall führen. Problem, was ich sehe, ist, Nummer drei bringt so ein paar, in meinen Augen, bringt die Nummer drei bei einer EM, bei einer WM, in einem internationalen Kader, so ein paar Dinge mit sich, die erfüllt werden sollten. Nummer eins. Die Nummer drei sollte im Zweifel nicht spielen, beim Turnier, aber er sollte Spielpraxis haben, falls es soweit ist, damit er nicht aus allen Wolken fällt, wenn es so ist und es dann plötzlich heißt, yo, ich habe das letzte Mal im April Fußball gespielt, jetzt soll ich hier für Deutschland den Kasten sauber halten. Es ist ein relativ unwahrscheinliches Szenario, aber man sollte eben schon ein bisschen gespielt haben und ich vermute, dass er jetzt wenig Spielpraxis in der Schlussphase dieser Saison bekommen wird. Vor allem aber brauchst du heute einen, der hart arbeitet, der die Klappe hält, der sich auf die Bank setzt und der durch gutes Beispiel vorangeht. Das heißt zu null Prozent, dass Stefan Ortega das nicht ist. Denn der Bundestrainer allerdings hat keine Möglichkeit mehr, es rauszufinden. Es gibt keine Länderspielpause mehr und bei Oliver Baumann, allen voran, da ist das seit 400 Nominierungen verbrieft. Da ist ein Siegel drauf, das wissen wir. Der Mann fährt mit, arbeitet hart und hält die Klappe. Und ich glaube, das ist einfach alleine wegen dieser Minifaktoren mehr Spielpraxis und bei dem wissen wir, der passt gut in die Gruppe rein, der macht sein Ding, der arbeitet hart und hält die Klappe. Ich glaube, das alleine reicht, um die Entscheidung pro dritten Torwart Oliver Baumann zu failen. Und ich glaube einfach, dass das ein unnötiges Risiko wäre, Ortega mitzunehmen. Nicht, dass ich sage, das ist ein großes Risiko, aber es wäre ein unnötiges Minirisiko. Baumann gehörte jetzt zu dieser Gruppe zuletzt und ich glaube, dass er das auch in Zukunft tun wird. Janza 6695 Servus Nico, ihr benutzt ja öfter Advanced Stats, um bestimmte fußballerische Themen zu erklären. Stell doch mal deine Top 5 vor und warum die Statistiken so toll sind. Also, ich würde jetzt, ich würde da erstmal so ein bisschen gegen gehen, weil das klingt jetzt so, als wären wir so Advanced Stats Fans. Ich glaube einfach, dass es in unserer Arbeit wichtig ist, dass man alle Statistiken, die man bekommt, zu Rate zieht und dass man mit denen arbeitet, wo sie sich eben anbieten. Deshalb fand ich es auch sehr schwer, hier 5 Lieblingsstatistiken rauszunehmen, weil du natürlich, je nachdem, was du suchst, nimmst du verschiedene Statistiken. Aber, ich habe schon 5 Stück rausgesucht und die werde ich jetzt alle bei uns schon mal irgendwann gehört haben in den letzten Jahren und Monaten, aber 5 Stück, bei denen ich eben finde, die sind wichtig, die geben dir eine gewisse Aussagekraft. Das erste, habe ich schon ein paar Mal gehört, Passes per Defensive Action. Das heißt einfach, Pässe pro Defensivaktion. Musst du also so lesen, die Pässe, die eine Mannschaft spielen kann, bis eine Defensivaktion erfolgt, bis der Ball verloren wird. Und das sagt dir quasi dann aus, die Intensität deiner Mannschaft gegen den Ball. Je niedriger dieser Wert ist, desto weniger lasst ihr den Gegner spielen. Wenig Passes per Defensive Action bedeutet, ihr seid direkt da, ihr jagt die sofort. Und das ist eine Statistik, die sehr, sehr spannend ist, weil sie dir eben mit einer Zahl einen guten Eindruck darüber vermittelt, gerade dann über eine Saison gesehen, wenn du, je größer die Sample Size wird, das ist ja nun mal immer so, desto besser wird es. Gerade über eine Saison gesehen, kannst du da sehr, sehr gut die Philosophie eines Gegners gegen den Ball ablesen. Lässt er den Gegner kommen? Steht der tief? Oder will der sofort Alarm machen und den Ball zurückerobern? Gibt es noch ein paar weitere Statistiken, die in die Richtung gehen, aber Passes per Defensive Action ist eine, die wir auch immer wieder nutzen. Deshalb finde ich die sehr gut. Also, je niedriger der Passes per Defensive Action Wert, desto höher die Intensität gegen den Ball. Field Tilt. Eigentlich eine relativ einfache Statistik, die zählt, die, lass mich lügen, Ballkontakte und Pässe im letzten Drittel des Gegners. Bedeutet also relativ einfach, ihr spielt gegen euren Gegner, ihr habt 80 Pässe und Ballkontakte im deren letzten Drittel, die haben 20 in euren, um hier mal auf die 100 zu kommen, habt ihr 80% viel Tilt. Und das bedeutet, es gibt dir einen Einblick über, wie die Kräfteverhältnisse in einem Spiel sind, ohne dass du wirklich die Abschlusssituationen mit reinziehen musst. Denn wie häufig sieht man Spiele, Entschuldigung, wo eine Mannschaft um einen tiefen Block herumspielt und einfach nicht zum Abschluss kommt. Man kann sich die letzten sechs Deutschlandturniere anschauen, gefühlt. Und Deutschland hat da immer einen hohen Field Tilt. Und warum mag ich diese Statistik? Weil es dir sofort, bevor du in die Analyse eines Spiels reingehst, hast du eine relativ klare Idee davon, wo dieses Spiel sich abgelaufen hat und welche Mannschaft überlegen war. Und es gibt dann auch noch das Attack Momentum. Da zählt der Field Tilt mit rein. Da zählen noch einige weitere Statistiken mit rein. Expected Threat etc. Aber der Field Tilt an sich ist eine relativ einfache Statistik, um zu sehen, wer hatte mehr Ballbesitz in den gefährlichen Phasen bei, das ist eher XT, in den gefährlichen, im letzten Drittel des Gegners. Und ja, die ist eben immer ganz gut, weil manchmal hast du eben Statistiken, wo es dann sich an den Torschüssen nicht widerspiegelt und darüber siehst du aber dann trotzdem, welche Mannschaft da gut war. Dann haben wir Progressive Passes, Progressive Carries. Nutzen wir immer wieder, ist eine super Statistik, Progressive sind einfach Pässe, die Meter machen in Richtung Tor des Gegners. Und das ist gerade eine Statistik, die ich bei Spielern in der eigenen Abwehr und im eigenen Mittelfeld spannend finde, weil du da ablesen kannst, was deren Rollen sind im Spielaufbau. Sind das Spieler, die den Ball mit ihren Pässen, mit ihrer Passqualität nach vorne bewegen sollen? Sind das Spieler, die mit Läufen den Ball nach vorne bewegen sollen? Oder Progressive Passes Received sind das Spieler, die nicht mit dem Ball am Fuß, sondern durch einen Lauf und dann das Empfangen eines Passes Meter machen sollen. Und das ist einfach sehr, sehr spannend, weil du auch da wieder über einen langen Zeitraum anhand einer Statistik das Aufgabenprofil eines Spielers natürlich nicht ganz klar ablesen kannst, aber du kannst es zuspitzen, du kannst es verengen und du kannst erkennen, okay, dieser Spieler ist im Spielaufbau mit Pässen beteiligt, dieser Spieler ist ein Ball Carrier, ein Ballträger, der soll mit dem Ballmeter machen und dieser Spieler ist jemand, der ohne Ballmeter macht und dann gesucht wird und angespielt wird und das ist einfach interessant, um rauszulesen, was der Trainer in dem Spieler für Stärken sieht und vielleicht auch für Schwächen. So, dann haben wir was haben wir noch? Wir haben jetzt schon eins, zwei, drei, ich merke gerade, dass ich glaube ich nur vier aufgeschrieben habe. Ah, hier habe ich nicht fünf. Das nächste sind PostshotXG, Minus Goals Against. Klingt katastrophal, ne? PostshotXG Minus Goals Allowed, nicht Goals Against, Goals Allowed. Ist an sich eine relativ einfache Sache. Reguläre Expected Goals setzt sich ja zusammen aus der Bewertung eines Schusses und deren Gefahr. PostshotXG misst die, Moment, die Qualität des Schussversuchs, nachdem der Schuss abgefeuert werden. Das bedeutet, dazu gehören nicht nur Schüsse, die das Ziel treffen, sondern auch Schüsse, die abgewehrt werden oder das Ziel verfehlen. PostshotXG wird nach der Schussabgabe berechnet, sobald bekannt ist, dass der Schuss das Ziel getroffen hat, wobei dann die Qualität des Schusses berücksichtigt wird. Bedeutet, ein Schuss, der am Tor vorbei geht, wo der Keeper nichts machen wird, hat den Wert Null. So, daraus ergibt sich also ein Wert aus den ganzen Postshots, ergibt sich ein PostshotXG-Wert, sagen wir, der ist 5 und dann wird davon abgezogen, deine Goals allowed, die Tore, die du tatsächlich dann kassiert hast. Und daraus entsteht ein Wert und wenn dieser Wert im Minus ist, bedeutet das, du hast statistisch mehr Tore kassiert, als du solltest und wenn dieser Wert im Plus ist, bedeutet das, du hast mehr Tore abgewehrt, als statistisch vorhergesehen oder erwartbar. Und warum ist die Statistik spannend oder gut? Weil es in meinen Augen die komplette Statistik ist, um die Abwehr, Schussabwehrqualität eines Torhüters allumfassend zu bewerten, weil eben die PostshotXG dir eine deutlich bessere Bewertungsgrundlage gibt, als wenn du einfach nur guckst, oh, guck mal hier, die hatten 4XG, aber am Null kassiert muss der Keeper super gewesen sein. Die PostshotXG ist ja deutlich spezifischer auf den Keeper und gerade mit dem Minus Goals Allowed eben ist es eine reine Statistik, die sich auf die Keeper bezieht. Und die letzte, schusserzeugende Aktionen, relativ einfach schusserzeugende Aktionen sind die letzten zwei Aktionen vor einem Abschluss. Da können Ballverluste drin sein, Ballgewinne drin sein, Zweikämpfe, Kopfballduelle, Pässe und deshalb ist es eben eine Statistik, die quasi deutlich weiter geht, weit weg von dem geht, was wir früher nur mit Assists hatten. Also wer hat am Ende den Pass vor dem Tor gespielt? Hier geht es darum, wer spielt die meisten wichtigen Bälle in den letzten zwei Aktionen vor einem Schuss? Spitzenreiter europaweit Kevin Stöger. 7,11 Schusserzeugende Aktionen pro 90 Minuten und deshalb eine Statistik, die ich einfach super spannend finde, weil wir erinnern uns vor 5, 6, 8 Jahren war immer zum Beispiel bei Toni Kroos haben wir immer gesagt, ja Toni Kroos, der spielt so häufig den vorletzten Ball und das kann gar nicht bewertet werden und das wird eben jetzt bewertet mit Schusserzeugenden Aktionen. Und die gute Frage, letzte Frage kommt von Regorg Pott-Zirch. Gestern in 50 plus 2 sagtest du noch, dass Nagelsmann beim DFB bleibt. Nun gilt er wieder als Top-Favorit bei den Bayern. Wo sehen wir No-Girls-Mann nächste Saison coachen? Also, ich frage mich so ein bisschen, jetzt wo das so heiß geworden ist mit den Bayern, wie soll das eigentlich ablaufen dann im Sommer? Macht er dann EM on the side und Kaderplanung FC Bayern hauptberuflich oder holt er einfach Florian Wirtz und jeden Spieler, der gerade spannend ist so einen deutschen Pass hat. Naja, ähm, also, ich hab das gesagt, dass ich dachte, dass er nicht Bayern-Trainer wird, weil ich das Gefühl hatte, dass er sich sehr wohl fühlt beim DFB, aber er kann sich da auch wohl fühlen und, Nico Heimers Lieblingsquote, auf sich selbst wetten, sagen, ich werd ne gute EM spielen und danach, was hab ich dann hier noch zu erreichen? Hab ne neue Ära eingeleitet, nach der EM steht beim DFB nochmal ein Umbruch an, ist vollkommen klar, Müller, Groß, Neuer ähm, und den will ich nicht machen. Das kann ja absolut sein. Und man darf halt eine Sache, nicht vergessen, der FC Bayern ist einer der attraktivsten Trainerjobs der Welt und Julian Nagelsmann, wenn der jetzt zurückkehrt zum FC Bayern, der hat die beste Ausgangsposition, die beste Verhandlungsposition, die ein Bayern-Trainer seit anno dazu mal hatte. ne, die haben ihn gefeuert, sind komplett auf die Fresse gefallen, er hat seinen Aktienwert nur wieder gesteigert beim DFB in den letzten Wochen und Monaten und kann jetzt einfach sagen, klar, ist okay, ihr wollt, dass ich zurückkomme, seit ich aufgehört habe, habt ihr eure zementierte Vormachtstellung in Deutschland verloren, ist das richtig? Ja, habt ihr? Okay. Ja, da brauche ich natürlich schon einige Befugnisse, da brauche ich einige Wunschspieler, da brauche ich einigen Einfluss, da brauche ich einige Kollegen, die ich mitbringen kann auf entscheidenden Positionen, damit ich beim FC Bayern eine neue Ära einleiten kann. Und das ist ganz keiner Fall. Wenn du elfmal Meister wirst als FC Bayern und dann nicht mehr, beginnt eine neue Ära. Und deshalb glaube ich, vielleicht ist auch deshalb der Jobs wieder so attraktiv für ihn, weil er eben weiß, er könnte dort sich eine Machtfülle zuschreiben lassen, die selten Bayern-Trainer in der Vergangenheit hatten. Uli Hoeneß geht ja, glaube ich, als großer Nagelsammer ein Befürworter, liebe Bayern-Fans, korrigiert mich, wenn ich mich irre, und ich glaube, dass in Zeiten der Krise sich sowohl der FC Bayern als auch alle Vereine, man sieht es ja an den Tönnies-Gerichten in Schalke, in schwachen Momenten sehnt man sich nach starken Führungspersönlichkeiten. Die ist Uli Hoeneß. Und ich glaube, dass Uli Hoeneß ein gewichtiges Wort auch in diesem Sommer wieder mitreden wird. Und ich glaube, dass Jörn Nagelsmann das einfach attraktiv findet, bei den Bayern zurückzukehren mit noch mehr Einfluss. Das war's von mir für heute. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Macht's gut!